so kann ich jetzt eigentlich wieder eine Frage habe ich wenn ich mein Handy öffnen kann wir haben ja glaube ich mit Franklin haben wir dann nicht Aktien angelegt doch hier aber es hat nichts gebracht bisher ok alles klar Yo F-Dog, I've had you on the list Jimmy, ah ok also gucken wir mal was wir denn jetzt noch so machen können wir haben hier ein blaues M was ist denn das? Grove Street Garage aber wir können uns da eine Garage kaufen und ich werde jetzt erstmal dafür dass wir jetzt da hingehen so wo jetzt ist mein Auto ich nehme doch gleich mal das da Simon, halt die Klappe kurz ich möchte kurz dieses was diese Freaks da machen ich weiß gerade nicht wie es auf Deutsch heißt auf jeden Fall irgendwas mit Freaks ich finde es immer so lustig die Motorradfahrer umzuwerfen ne so jetzt was ist das hier was ist das hier das da ist was ist das hier das da ist was ist das hier was ein black man walking in vine would you think he play PG sellout ich kann es nicht ich meine ich bin ich meine ich bin ich meine PG sagt er ist ein und ein und all diese großartige und dann wie ist er seine Mutter und wie ist das hier was ist das was ist das die Leute sind ein freund Gott, das Minus! Was ist das für ein komischer Paparazzi? Drove alongside Mirinda's car. Open it up, you cow! I don't believe it! She's slammin' a speedball in there, man! This is journalistic gold! You know you want it, Cowan! Hands have a right to know! Everything! Gott, das Minus ist mit Paparazzi, Alter! She looks like a bloodhound in a wind tunnel! Gott, I love her! Oh man, no wonder this whole town's in Theral. You're a fucking man! Look at you! Homewrecker! Harlot! Oh, you're human, you bitch! My fucking god! What the fuck?! Why is this so gas? Fuck you, Beverly! This one's mine! Oh, no, no! It's that bottom Peter Madison! Shit! He's getting faster! Where is your dignity, man? Forget Miranda! We can't let him steal my exclusive! Get alongside him! I'll knock the Weasel off! Stay on that bastard! Crank the gas! Come on! Crank the gas! Come on! Crank the gas! What is wrong with you? I hope you sleep at night! Get away from me! I'm trying to play with the best for you! I'm too sick! Oh yeah, I downloaded your pictures! To the fucking road, Madison! Now grow up and get a boys name! Okay, buddy, let's get out of here! I'm already late for another Steakout! So. Auf geht's zurück. Es war eine Ausbildung, Frau. Schau, weiter machen die Welt einen besseren Ort. Ja, das Publikum braucht es zu wissen. Die Fans verdienen Antworten. Ja, nicht wenn die Frage ist, wie die Marenda Collins' Muff hängt, oder wenn sie durch die Einwanderung von einem zweiten Rate direktor. Sie müssen alles wissen. Von Krows-Feed zu Kammel-Feed. Hey, hey, hey! Wie bei der Manners nächste Woche? Weiter geht's für die Wahrheit! Schau, nicht warten bei mir, Homie. Oh, ich bin warten bei dir. Homie. Holy shit. Was finde ich allgemein so krass, dass man hier in GTA eigentlich so wenig labern kann, weil die eigentlich die ganze Zeit am labern sind, ey. Da kann man ja nicht mehr labern, ey. Lol, Michael? Ich hab ne Mission? Für Franklin? Bei Michael? Okay. Kann ich eigentlich switchen? Ja, könnte ich, aber ich möchte jetzt noch ein bisschen Franklin spielen. Arm-Wrestling? Schreibt der mir? Wie kann man denn schreiben? Ehhhhhhhhhhhhhhhhh... Ehhhhhhhhhhhhhhhhh... Fuck, Alter, wie kann man denn schreiben? Holy shit. Da hat mir gerade einer von meiner Freundeslichte irgendwas geschickt, das er jetzt aber nicht angucken kann. Aber sie sagt, ich weiß nicht, wie ich es öffne. Keine Ahnung. Ja. Äh. Muss ich kurz zu was leitet mich da rein, ey. Was ist das? So, mal gucken. Mal gucken, was er schreibt. Okay, er schreibt egal. Alles klar. Okay, geh aus dem Weg. Schade jetzt, weil ich auf das... Das ist eine Verge in meinem eigenen Haus. Hey, du, stop it! What's up, man? You're out of my way. Michael, calm down. What the fuck is going on? Nothing happened. It was a misunderstanding. bach der frik in my bed von der tenniskusschel sie immer ganz Gottes Willen, was ist denn das für eine Lappenkarre? Hallo! Warum müssen wir mit so einer Schrottkarre fahren? Ja, Gott sei Dank, Beach Drop. Wow! Alter, ich glaube das war von GTA so geplant, Alter. Holy Shit! Hab ich mich erschrocken. Leute, ich weiß nicht. Geh ein Auto. Michael! Sie riefen uns bevor wir uns aufhören! Michael, Mann! Du hast die falsche Idee, Mann! Oh nein! Wie magnanimous! Lass ich dir meine Applaus? Du fucking motherfucker! Dude! Und wir sehen, wie du es magst, wenn jemand jemand mit deinem Scheiß! Oh, hey! Wait! Hast du die richtige Idee, Mann? Woah! Fuck! Hier geht's! Ha ha! Wir sehen, was passiert! Dude, du bist so verrückt! Oh, shit! Oh, ja! Oh, ja! Komm schon! Komm schon! Noch mal! Noch mal! Noch mal! Oh, jawoll! Oh, ja! Oh, ja! Fuck his ass! Yeah, fuck him! But was we really trying to pull that dude house off the fucking hill? Hey, we were trying to teach him a fucking lesson! I'm not asking this bitch ass lesson, Mann! Maybe he'll keep it on the curtain out of my wife! Yeah, he not taking no housewives back to that motherfucker! Hey, it's a service to the fucking community! Holy shit! Mr. DeSanta! What the hell? That's not my house! Bullshit! Oh, bro! I couldn't afford a place like that! I'm a tennis coach! I hit balls for a living! I was just hiding there! Mr. DeSanta! You! You! You're a dead one! Green light! Green light! Green light! Martin Madrazo! Give you green light! Oh, I'm scared, lady! Just fucking terrified! What the? Green light! Green light! Martin Madrazo! Fuck you! Whoa! Oh! Martin? Martin Madrazo? Oh oh! Oh oh! I have to change that! AgЧ mnie! Oh old lady! Ohhhhhhhhohohohohohohohoh! Fuh, Fuh, Fuh! Ich werde darauf, dass sie das die ganze Zeit zu sagen nehmen. Wir müssen hier einfach nicht loswerden. Ach, der kann sich einfach so daher teleportieren oder was? Auch nicht schlecht. Ich bin jetzt bei Franklin. Ich habe ein Buch, Mann. Ich denke, wir haben ihn. Okay, um Gottes Willen, das war jetzt ein bisschen komplizierter. Okay. 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 Cool. Okay. Alright. Okay. Untertitelung des ZDF für funk, 2017